Kinder wie Erwachsene haben ihren Spaß im Winter und sind gerne bei Eis und Schnee draußen aktiv. Neben Ski und Snowboard garantieren dabei Schlitten oder Rode ein einmaliges Schneevergnügen. Hallo! Heute sprechen wir über den Top 5 besten Schlittentest. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen! Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Der Rolly Toys 200.276 Rolly Jetstar Schlitten ist ein großartiges Kinderspielzeug, das den winterlichen Spaß garantiert. Die stabile Kunststoffschale bietet eine solide Basis, während der ergonomische Sitz das gesunde Sitzen unterstützt. Die beiden Metallbremsen lassen sich problemlos betätigen und sorgen für zusätzliche Sicherheit beim Rodeln. Ein weiteres großartiges Merkmal ist der Griff am Ende der Zugschnur, der speziell für Kinderhände ausgelegt ist. Die rote Farbe und das Jetstar Design machen den Schlitten zu einem echten Hingucker. Die Größe des Schlittens mit 93 x 22 x 41 cm ist perfekt für Kinder ab drei Jahren geeignet. Das Beste daran ist, dass die Rolly Toys Spielzeuge bei der Produktion auf Qualität und Funktionssicherheit geprüft werden, was die Sicherheit der Kinder weiter erhöht. Insgesamt ist der Rolly Toys 200.276 Rolly Jetstar Schlitten ein fantastisches Spielzeug für Kinder und Eltern gleichermaßen. Die Konstruktion des Schlittens und die Materialien, aus denen er hergestellt ist, sind von höchster Qualität und die Metallbremsen sorgen für zusätzliche Sicherheit beim Rodeln. Auf Nummer 4 Der KHW Lenkschlitten Snowfox ist ein fantastischer Schlitten, der in Deutschland hergestellt wird. Mit seinem schönen anthrazitfarbenen Design und seiner stabilen Konstruktion aus Polyethylen ist er ein langlebiges und robustes Modell, das Kinder begeistern wird. Das Lenkrad und die Handbremse sorgen dafür, dass der Fahrer jederzeit die Kontrolle behält und sicher fahren kann. Die breitflächige Pistenlage ermöglicht ein sanftes und stabiles Fahren, was besonders für junge Fahranfänger sehr wichtig ist. Insgesamt ist der KHW Lenkschlitten Snowfox eine hervorragende Wahl für alle, die ihren Kindern ein unvergessliches Wintererlebnis bieten möchten. Mit seiner hohen Qualität und den durchdachten Details bietet er ein unvergessliches Fahrvergnügen. Der Snowfox ist einfach zu montieren und dank seines leichten Gewichts einfach zu transportieren. Wenn sie auf der Suche nach einem hochwertigen, deutschen Lenkschlitten sind, der ihre Kinder begeistern wird, dann ist der KHW Lenkschlitten Snowfox eine hervorragende Wahl. Für mehr Informationen, schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unserer Liste auf Platz 3 Der Stiegerschlitten Snowracer Rennrodel Curve Lenkschlitten ist ein absolutes Highlight für Kinder ab 7 Jahren. Mit seinem modernen Design in Rot und Schwarz und einem stabilen, leichten Metallrahmen ist er nicht nur ein Hingucker, sondern auch besonders sicher und robust. Besonders hervorzuheben ist das Soft-Touch Lenkrad, das für einen angenehmen Griff sorgt. Die moderne Sitzbank bietet zudem einen hohen Sitzkomfort, der auch bei längeren Fahrten erhalten bleibt. Die Antiblockierfußbremse und die automatische Seilrolle ermöglichen eine sichere Fahrt und einfache Handhabung. Insgesamt ist der Stiegerschlitten Snowracer Rennrodel Curve Lenkschlitten eine tolle Wahl für alle, die ihren Kindern ein besonderes Wintererlebnis bieten möchten. Durch seine hochwertigen Materialien und die durchdachten Details bietet er ein unvergessliches Fahrvergnügen. Der Snowracer ist ein absoluter Klassiker und wird auch noch in vielen Jahren für viel Freude im Winter sorgen. Bei Nummer 2 Der Comfort Schneerutscher ist ein echter Spaßmacher für die ganze Familie. Einfach draufsetzen und den Hang hinunterrodeln, die Schneeflitzer sind ein Riesenspaß für groß und klein. Die Rutscher sind aus HDPE gefertigt und aufgrund ihrer geringen Größe leicht zu transportieren und Platz sparen zu verstauen. Mit dem großen Griff können sie auch von Erwachsenen und mit Fäustlingen problemlos gefahren werden. Besonders hervorzuheben ist die bunte Farbauswahl in Blau, Grün, Rot und Pink, die für Abwechslung und gute Laune sorgt. Allerdings ist darauf zu achten, dass die Farbauswahl nach Lagerbestand erfolgt. Die Schneerutscher sind eine tolle Alternative zum klassischen Schlitten, da sie selbst für Kinder leicht zu tragen sind. Insgesamt sind die Comfort Schneeflitzer eine lohnende Anschaffung für alle, die den Winter gerne draußen genießen und dabei Spaß haben möchten. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Der Holzfeehörnerschlitten mit Lehne und Zugleine ist ein toller Kinder- und Familienfreizeitschlitten. Mit einer Systemlänge von 110 cm bietet er ausreichend Platz für eine Person und ist aus robustem Buchenschichtholz sowie lackiertem Buchenhartholz gefertigt. Besonders positiv ist die Zertifizierung des Produkts durch FSC 100% und HÜVGS. Die Rückenlehne ist flexibel und kombiniert Buchenholz mit Kunststoff. Sie lässt sich leicht und schnell mit den mitgelieferten Schraubzwingen montieren. Dies ist besonders praktisch, da die Lehne bei Bedarf abgenommen werden kann. Der Hörnerschlitten verfügt außerdem über eine Zugleine, die eine einfache Handhabung ermöglicht. Insgesamt ist der Holzfeehörnerschlitten ein hochwertiges Produkt, das sich durch seine Materialien, Zertifizierungen und Flexibilität auszeichnet. Ein toller Begleiter für winterliche Ausflüge mit der Familie. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal. Danke fürs Zuschauen.